Hallo, ich bin Milo und zeige euch heute unser Autohaus Braun. Kommt mit! Hier in Leonberg findet ihr alles rund um die Marke Toyota. Inklusive solche Gummireifen, mit denen ich aber leider nicht spielen darf. Für technische Unterstützung geht es hier lang zu meinen Freunden vom Service Desk. Die Kollegen und Mädels kümmern sich um euch und sorgen dafür, dass jedes Anliegen so schnell und so gut wie möglich bearbeitet wird. Toll, oder? Es kann natürlich auch mal sein, dass ihr Menschen ein wenig warten müsst. Dafür findet ihr hier gemütliche Sitzgelegenheiten und habt Zeit mit mir zu spielen. Ihr bekommt auch so schwarzes heißes Wasser zum Trinken, damit die Zeit schneller vergeht. Weiter geht's in den Verkaufsraum. Hier könnt ihr euch in Ruhe die neuesten Toyota-Modelle anschauen und Probe setzen. Hier arbeiten auch meine Kollegen Pietro und Fabian. Die kümmern sich um euch, wenn ihr ein neues Auto sucht oder Fragen habt. Die sind echt nett und haben tolle Fahrzeuge. Ich habe aber auch noch viel mehr Freunde in der Werkstatt. Das müsst ihr sehen. Hier werden die Autos mit vielen lauten Geräten genauestens inspiziert. Was immer euer geliebtes Fahrzeug hat, hier finden wir es raus und beseitigen sämtliche Mängel und Schäden. Und das natürlich mit Originalteilen. Wenn ihr brav seid, erhaltet ihr vielleicht auch so ein tolles Leckerli. Yummy! Das war's auch schon. Ich hoffe, meine kleine Führung durchs Autohausbrauen hat euch gefallen. Kommt doch selbst mal vorbei und besucht mich. Euer Milo. Das war's auch schon. Vielen Dank.